So, Robert jetzt nochmal hier. Schöne Kenken. So, jetzt im Train hier. Nochmal ein schöner Flami. So, Robert auch mit der Striftung hier. So, jetzt nochmal eine kurze Absprache. So, wenn das jetzt hier im Train hier umgehen. Die TK wollen sie für. Und der Böckchen fliehen. So, Berlin hier. Freikationen hier. Ihr werdet jetzt in Lärmchen. Robert, Laura kommt so in Berlin. So, jetzt weiter geht's im Train hier zum Ringer. Und noch einmal der Flam für euch! Generation ECR! Generation ECR! Sehr geehrte, herr! Sehr geehrte, Tada